Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake, dem dritten Spieldurchgang auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad mit dem unendlichen Raketenwerfer. So, jetzt geht es erst einmal in das Regeneradores-Gebiet. Äh, nein, hier noch nicht. Da bin ich jetzt zu früh reingeschlittert. Oh, oder vielleicht doch nicht? Ja, war doch der richtige Weg, ups. Kommt es jetzt schon? Ich habe da gerade eben ja den Fuß von dem Vieh gesehen. Hätte ja sein können, auf Profi sind die Gegner ja teilweise noch ein bisschen anders platziert, deswegen hätte es mich nicht gewundert, wenn jetzt doch schon ein Regeneradores gekommen wäre. So, ähm, so irgendwie, ups, doch nicht. Äh, was zur Hölle? So, doch so. Okay. Was zum... Äh... So, okay. Alles klar. Hier brauche ich ja nur die Schlüsselkarre. Ja, sie sind direkt down. Gut. Alter. Ja, genau, wie mich seine Beine noch blockiert haben. Dreck sie. So, jetzt muss ich ja den Strom wieder umstellen. Okay. So, jetzt einmal hier durch. Na los, Alter. Wie nah ich jetzt ran musste, um zu interagieren. Hui. Processing. Thank you for your patience. Ja. Wenn ich mir Geduld nur leisten könnte, Kollege. Ich kann es jetzt schneller machen. Nö. Mach das Ding einfach nicht. Ist ja auch okay. Jetzt habe ich ja keinen Stress mehr. Und ohne Stress habe ich auch wieder Geduld. Überschrieben. Würde passen, wenn jetzt nochmal ein Regeneradores auftauchen würde. Aber das betweifle ich irgendwie. Okay. Okay. Oh, hi. Oh, shit. Ich habe direkt alle befreit. Oh, no. Okay, doch nicht alle. Oh, shit, 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 shit. Ich bin nicht mehr rechtzeitig auf R3 gekommen. Alter, was? Warum lebst du noch? Du widerliches Vieh. Okay, wenigstens war das das Vieh mit dem Schraubenschlüssel. Ach, das hier ist... Nee. Hä? Hier musste ja irgendwo noch ein drittes rausgekommen sein. Ach, das hier. Ja, gut. Naja, zum Glück ist es noch rausgekommen. Das war eindeutig das richtige Vieh. Hat mich jetzt nur leider ein bisschen Gesundheit gekostet. Aber gut. Ist ein kleiner Preis. Ups. Äh, so. Das Vieh erledige, ich lieber auch gleich mal. So. Denn wenn ich jetzt gleich mich hier mit dem Raketenwerfer zur Wehr setze, werde ich sowieso garantiert seinen Tank mit erwischen. Von daher. War es das schon, Leute? Jo. Scheinbar ja. Cool. Nice. So. Äh, das nochmal mischen. Ja, mit dem ganzen Zeug. Ach, ist das herrlich. Da liegen sie alle. Und präsentieren ihren Loot. Bieten dem König, der Leon ja ganz eindeutig mittlerweile ist, ein Opfer da. Herrlich. So, jetzt holen wir uns hier wieder Ashley zurück. Das heißt, mit dem Raketenwerfer muss ich jetzt wieder ein kleines bisschen vorsichtiger sein. Mich selbst zu treffen ist ja nicht ganz so schlimm, wie sie zu treffen. Meistens zumindest. Knappe 13 Minuten, 54 Gegner, 100% Genauigkeit, 6 mal Schaden erlitten. Nice. Läuft wieder. Ach, es geht so schön herrlich schnell voran. Wir sind jetzt schon beim vorletzten Kapitel, Leute. Oder? Täusche ich mich? 15, oder? Äh, ne, 14. Oh. Ich greife schon ein bisschen zu schnell vorweg. Hab gerade beim Speichern nur Kapitel 14 gesehen und dachte mir, oh, habe ich das gerade beendet? Nope. Eindeutig nicht. Nope. Dankeschön. Sehr gut. Das nehme ich auch nochmal mit. Jaja, wie du meinst. Äh, Moment. Schutzweste? Ja. Ach, gut, dass ich nochmal dran gedacht habe. Gut, dass ich da nochmal dran gedacht habe. So, jetzt wird es ganz besonders lustig. Jetzt müssen wir ja erstmal über Umwege zur Abgriffsbirne. So, wiedersehen. Oh Gott. Waren das alle? Scheint so. Gut. Hilf mir kurz. Ist gut. Jetzt schnell. Oh shit. Oh nein. Ich trottel, oder? Nein. Alter. Wie habe ich das denn hingekriegt? Habe ich gerade einen Typen, der sie nehmen wollte, erwischt, aber sie nicht? Fragt mich nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ich weiß es auch nicht. Wow. Oh Gott, ich trottel. Hier kann ich auch nicht mehr langen. Oh. Da hat es ihn zerrissen. Ob der eine Typ vorne überlebt hat? Oh shit. Oh shit. Ashley, weg da bitte. Hoppala. Okay. Das war ein bisschen knapper als gewollt. Kommst du klar? Ja. Früher hätten mich hier keine zehn Pferde reingekriegt. Na komm Ashley. Ich brauche dich hier. Genau. Also dann. Beide gleichzeitig. Boah. Beide gleichzeitig, okay? Alles klar. Mein Gott ey. Boah. Die Dinger bewegen sich ja viel schneller als vorher. Ich weiß nicht, ob du kommst. Ah. Geh zurück. Guck mal, du Scheißmonster. Ach du Scheiße. Verdammt, wie penetrant kann man sein? Ashley. Shit. Alles okay? Ich dachte, soll ich noch in Deckung gehen? Soll ich nicht in Deckung gehen? Ist das weit genug weg? Nein. Die Stacheln von den Viechern, die gehen ja überall hin. Alles gut. Boah. Wow. First try. Habe ich nicht mitgerechnet, aber cool, dass das geklappt hat. Machst du das? Na klar, ich habe ein Händchen für sowas. Jo. Dachte ich mir. Oh man. Ich hatte lange keine Speicherstation mehr, aber gleich kommt ja schon die Stelle mit der Abrissbirne. Da werde ich dann sowieso automatisch einen Speicherpunkt kriegen. Das weiß ich ja. War hier nicht noch was zum Heilen? Stimmt. Das gab es einmal hier. Und ein grünes Kraut auch noch. Bam. So. Sehr schön. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Gitterstebe nicht treffe. Cool. Habe ich scheinbar sogar... Super. Habe es doch noch hingekriegt. Kacke. Hey. Alles klar bei dir? Knapp. Ja. Danke. Okay. Wenn er das sagt, dann waren das alle Gegner. Ja. 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 Ich fass es nicht. Da ist doch noch ein Gegner gekommen. Alter, warum? Warum kam da jetzt noch einer? Scheiße. Oh, hätte ich das Viech mal ignoriert und wäre zurückgelaufen. So ein Dreck. Dann hätte ich es wahrscheinlich noch geschafft. Oh, nö. Jetzt darf ich wieder weiß Gott wo anfangen. Oh, ach. Das ist der letzte Speichelpunkt. Das ist doch noch eine Weile her. So eine Kacke. Wo bin ich jetzt? Ja, natürlich. Hier wieder am Anfang des Kapitels. Ach, so ein Dreck, ey. Na komm, das geht ja einigermaßen schnell. Einmal wiederhole ich das noch on screen. Ein einziges Mal. So. Nehme ich jetzt einfach direkt den Weg hier. Alter. Nein. Da. Boah. Meine Güte. So. Entferne dich. Verdammt. Ja, gut so Ashley. Weiter, weiter, weiter. Go, 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 go. Komm doch Ashley. Ich ziel nicht auf dich. Brauchst nicht ducken. Komm, 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 komm. Los, komm. Hat sie sich deshalb geduckt? Ashley? Okay. Hat sie sich deshalb geduckt, weil ich sie noch auf Entferne dich gestellt habe? Das wird wohl gewesen sein, oder? Das war mein Fehler. Na gut. Akzeptiere ich auch als meinen Fehler. Zurück. Ich... Komm. Okay. Ach, echt das widerlich. Kommst du klar? Ja. Früher hätten mich hier keine zehn Pferde reingekriegt. So, vielleicht kriegen wir das ja jetzt auch etwas schneller hin. Wenigstens beim ersten Durchgang. Äh, beim ersten Anlauf. Das wäre ganz nett. Also dann. Beide gleichzeitig. Ja. Ist gut. Ja. Du Scheiße. Verdammt, wie penetrant kann man sein? Ja, jetzt explodiert er. Go, 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 Ashley. Weg da. Scheiße. Hässliches Drecksvieh. Ach, ist schon weg. Okay. Hab die Explosion jetzt nicht gehört. Gut, gut. Du bist doch nicht verletzt. Nein, alles gut. Nice. Okay. Super. Super gemacht, Ashley. Gut, gut. Ach, Quatsch. Machst du das? Na klar, ich hab ein Händchen für sowas. Oder wäre es auch möglich, dass ich hier stehen bleibe und Ashley läuft rüber. Aber dann muss ich sie wahrscheinlich von der anderen Seite aus auch beschützen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich fürchte, es ist schwieriger, sie von der anderen Seite aus, wo das Ventil ist, zu beschützen, als von der Seite aus, wo ich jetzt bin. Da, wo ich jetzt bin, hab ich das Gefühl, kann ich sie etwas besser noch schützen. Denk ich mal. Davon abgesehen, den kann ich jetzt auch direkt reinpfeifen. So. Knapp. Hey, alles klar bei dir? Ja. Danke. Ich vertraue dir nicht, Spiel. Gerade eben hast du mich auch verarscht. Okay. Ich vertraue jetzt einfach mal drauf, Spiel. Ich will, du verarschst mich wieder. Ich glaube echt zusammen mit dem Regeneradores kommen noch mal ein paar Gegner. Ja. Ashley, scheiße! Das gibt's noch nicht. Da kam echt noch ein einzelner Gegner. Da kam echt noch ein einzelner Gegner. Okay. Alter. 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 Ich wollte gerade sagen, ist der immer noch am Leben oder was? Was zur Hölle? Nee. So muss es sein. Eigentlich. So. Verdammt nochmal. Wie ging denn das nochmal? Entschuldigt Leute, schon wieder eine Unterbrechung. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Irgendwie komme ich gerade kaum dazu, einen Part am Stück aufzunehmen. Aber naja, so ist es eben manchmal. Also das muss auf jeden Fall so stehen, denke ich mal. Entweder so oder so. Ich glaube, so ist am besten. Oder auch nicht. Wenn dann so. Oh, denke ich. Ach Gottchen, irgendwie. Die, ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Merkt man gar nicht, oder? Verdammt. Ich. Ja. Doch. Alter. so so jetzt man haben sie haben sie das rätsel auch noch einmal für profi geändert ich weiß es gar nicht könnte ich mir aber durchaus vorstellen muss jetzt einfach irgendwas kaputt machen nach dem ganzen fluss okay jetzt wird es ganz lustig das dingen hier aber ich habe gehört dass man das ganze hier auch beschleunigen kann er schläge immer weg da okay kann man das erst dann beschleunigen wenn es die an der abrissbirne dran ist oder wie ja klar triff mich halt trotzdem du penner ich hasse es nicht jawoll geil das ging ja wirklich schnell wow ich habe jetzt nicht ernsthaft durch das geländer durchgeschossen glaubt ja nicht ich habe jetzt schon gar keine schutzweste mehr kann doch nicht sein so ashley bitte raus wir haben es geschafft äh ashley 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 soll ich jetzt alleine weiter oder was ashley dann würde das auch die anzahl an kollisionen mit der abrissbirne reduzieren die benötigt werden bis auf einfach nur eine einzige hat man ja gerade eben gesehen hat man ja gerade eben gesehen zack schon war das ding in offen hammer oder es ist so schön ach ich finde wir geben ein richtig gutes team ab ich schätze schon oder wer weiß vielleicht werde ich auch mal eine agentin was sagst du wir könnten unser land gemeinsam vor gefahren beschützen kein gemeinst jedenfalls müssen wir dazu erstmal heil hier raus jaja schon klar ashley ne das land vor gefahren beschützen ist dir wurscht das gemeinsam war das wort auf das besondere betonung gelegt wurde von ihr wenn auch ein bisschen wenn auch nicht ganz offensichtlich aber es ist schon klar worauf es ihr eigentlich ankommt ne ich denke mal das merkt man schon ziemlich deutlich sooo jetzt nehmen wir hier direkt die route der bärm ah jetzt kommt krauser äh gab es hier nicht noch stellige du bist weim ich bin ich bin ich habe in der nähe ein schlachtfeld vorbereitet nur für uns soldat hunderte jahre lang haben uns Ah, gut. Äh, Moment. So. Tunen. Okay. So, Leute. Let's go. Das kriegen wir auf jeden Fall auch noch in dem Part hin. Der Fight gegen Krauser. Ups. Ja, gut. Einmal durchsortieren. Das hier durchladen. 172 Schuss habe ich schon mit der Red 9. Ja, nee. Ist klar. Ich habe auch was. Geil, ne? Ist natürlich deutlich schneller, wenn man nicht mehr warten muss. Ne, 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 ne. Ist ja gut. Kommt der jetzt nochmal? Schön. Die eine Rakete hat ihm schon gereicht. Jetzt einfach versuchen, ihm immer wieder Raketen in die Fresse zu geben. Mal gucken, wie das funktionieren wird. Sobald wir seine letzte Phase erreicht haben, den finalen Kampfschauplatz, sobald der erreicht ist, ist der Rest im Kinderspiel. Hör auf dein Bauchgefühl. Nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Meinst du? Wupp. Shit. Du Penner. Ah, vollkommen vergessen, dass er da nochmal oben steht. So, großartig drum rumlaufen muss ich ja nicht um die Minen. Die sind allein schon durch ein paar... Mit Gewinne-Taktiken kenne ich mich aus, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Oh, shit. Als ob der Raketenwerfer da jetzt nicht hingereicht hat. Zu dem Ding. Mist, Zack. Ah, der zieht mir immer mehr von der Schutzweste ab. Das ist am schlimmsten. Pures Glück. So, wrote his crowd. Ups. Ein paar Kräuter für Krauser. Zugegeben, dass du bis jetzt überlebt hast, die dann nicht mehr auf. Shit. Ich werde tot, hätte ich weiter auf Leute wie sie gehört. Der Tod holt die Feiglinge genau wie die Leisten. Welcher bist du? Keine Ahnung. Ich frage ihn, wenn ich ihn sehe. Habe ich ihn erwischt? Boah, wie viele Bären fallen der Assi hier auch noch hingepackt hat. Boah, auf Profi ist das ja nochmal anders wild. Aber wirklich. Du hast den Brattung gestanden. Hier ist deine Medaille. Ja, du hast deine jetzt auch gekriegt, ne? Penner. Boah. Echt jetzt? Du hast zwei Raketen in die Fresse gekriegt, du Penner. Alter, was war das denn jetzt für ein Bullshit? Glaub's ja nicht. Das ist die Macht. Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Bitte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das... Oh. Ob er mich jetzt erwischt hätte oder mein eigener Raketenwerfer, wäre an der Stelle fast schon egal gewesen. Das soll also ihre wahre Kraft sein? Ich würde mein Geld zurückverlangen. Das verdreches Mundwerk doch verreuen. Hm. 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 Miese Ratte. Ah, zu viel Rot, zu wenig Grün. Naja. Ähm. Fast schon. Habe ich das jetzt mitgenommen, das eine Ding? Nö. Na gut. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wodurch das erste Stottern bei mir jetzt gerade zustande kommen, wie immer, kein Plan. Stopp. Aufgeschitten. Ja, hat mich ein bisschen Gesundheit gekostet, aber dafür ist er instant weg. Anstatt, dass ich die jetzt die ganze Zeit rumlaufe, darauf vertraue, dass ich ihn erwische. Na. Lieber so direkt erledigen. Gesundheit opfern und gut ist. Nice. 18 Minuten, 34 Sekunden, 37 Gegner getötet, 100% Genauigkeit, 26 Mal Schaden erlitten. Gut. Nehme ich. Nehme ich auf jeden Fall. Jetzt haben wir nur noch zwei Kapitel vor uns. Jetzt aber wirklich. Und jetzt kommt mitunter das anstrengendste Kapitel von allen. Mit Abstand, würde ich sagen. Ja, ich warte nochmal ein bisschen. Hier ist leider kein grünes Kraut. Egal. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Willkommen. Was mich nur interessiert, ist das hier. Weiterhin viel angenehmer Reise. Zum Glück fängt erst einmal die Schutzweste den Schaden des Raketenwerfers ab, wenn ich mich selbst damit treffe. Das ist ja auch schon eine super Sache. Der Schutzweste habe ich echt einiges zu verdanken. Hammer. Okay. Da jetzt nur noch zwei Kapitel vor mir liegen. Und dementsprechend an sich auch generell nicht mehr viel vom Spiel übrig ist. Jetzt so generell gesehen. Für diesen Durchgang würde ich sagen, ich mache an der Stelle für heute Schluss. Und ja, dann kommt morgen direkt der Rest von diesem Spieldurchgang. Das sollten wir definitiv hinkriegen. Ja, und damit ist zumindest auch die Zeit für Profi unterboten, wodurch wir nochmal einen kleinen Bonusgegenstand freischalten können. Schöne Sache. Gut, dann würde ich an der Stelle für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.